Willkommen! Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit mir zusammen eine neue Windel anschaut. Die Tückables Puppers ist eine ABDL-Windel, die ich schon vor längerer Zeit entdeckt habe und nun dem Praxistest unterziehe. In der Packung sind 10 Stück enthalten. Ich habe mich wieder für die Größe M entschieden, sie ist laut Hersteller für einen Umfang von 78 bis 91 cm geeignet und sollte daher bei mir perfekt passen. Der rauere Klebebereich vorne zeigt bereits, dass diese Windel auf Klettklebeverschlüsse setzt. Es gibt insgesamt drei verschiedene, diese hatte ich mit ihren Vor- und Nachteilen bereits in einem eigenen Video erklärt. Am verbreitetsten ist in der ABDL-Branche der wiederverschließbare Kleber aus Plastik. Der Rest der Windel ist aus Plastikfolie gemacht, ich finde sie sehr angenehm weich. Nicht derartig wie bei der Updry, aber auch nicht so dünn wie bei günstigen medizinischen Windeln, man spürt also eine gewisse Wertigkeit. Im Inneren haben wir den bei ABDL-Windeln in dieser Preisklasse üblichen erhöhten Auslaufschutz. Er soll zum einen Auslaufen verhindern, zum anderen bietet er Platz für zusätzliche Saugeinlagen. Bei den Drucken hat der Hersteller nicht gespart und sie auf der gesamten Windel angebracht. Das Highlight ist klar der vordere Bereich, an dem man die Kleber anbringt. Hier befinden sich die größten Motive, die sich zudem mit einer Hintergrundfarbe von der ansonsten weißen Windel abheben. Der Rest ist passend mit Pfoten und anderen Dingen bedruckt, die zu verspielten Comics passen, in denen Hunde die Hauptrolle spielen. Die Klettverschlüsse kann man beliebig oft öffnen und neu verkleben. Hier ist mir nichts positiv oder negativ aufgefallen. Es sind die in der Branche üblichen. Sie sehen manchmal etwas locker aus, halten aber fest. Größter Nachteil dieser Klebeart, man kann die volle Windel nicht damit verschließen, sondern muss umständlich verknoten. Während der Benutzung spielt das keine Rolle. Beim Anlegen merkt man, wie weich und flexibel die Windel ist. Sie fühlt sich einfach bequem an und passt sich gut an die Körperform an. Frisch aus der Packung gezogen muss man sie nicht mal falten oder kneten. Das finde ich angenehm. Im Gegensatz dazu werden andere Windeln wie ZB die Krinkels stark in die Packung gepresst und sind hart. Den Praxistest hat sie gut gemeistert. Wie ihr am Anfang sehen konntet, ist meine Packung fast leer. Ich habe also einige ausprobiert. Mehrmaliges Einnässen war jeweils kein Problem. Die Flüssigkeit wurde gut aufgenommen und hat sich nur langsam nach hinten verteilt, wie man es von einer guten Windel erwartet. Gegen Ende hin seht ihr, wie sie bereits extrem nass ist, aber zumindest beim Einnässen noch nicht ausläuft. Erst beim Hinsetzen tropfte es etwas heraus und sie musste sich geschlagen geben. Insgesamt erreichte die Windel ein Gesamtgewicht von fast 1,8 Kilogramm. Das ist kein neuer Rekord. Die besten Windeln überschreiten die 2-Kilo-Marke. Aber ein guter Wert und für eine Alltagswindel. Zumal sie mit 209 Gramm Leergewicht nicht ganz so viel Material besitzt, wie die dicksten Windeln. Was aber nicht heißt, dass sie dünn ist, man spürt schon, dass man nicht gerade eine Tennis-Lip zwischen den Beinen hat, sondern etwas stärkeres und wertigeres. Leider ist sie in deutschen Shops nicht mehr lieferbar, selbst im Ausland sind die Lager in vielen Shops leer. Ich hatte sie aber 2022 noch in einem deutschen Shop gekauft, der sie inzwischen aus dem Programm genommen hat. Den Grund dafür habe ich auf der Webseite des Herstellers gefunden. Er schreibt, dass eine neue Version der Puppers noch dieses Jahr kommen soll, aber später. Die neue Version soll eine höhere Saugleistung besitzen, laut Webseite 7,5 Liter. Die Bilder links scheinen schon die neue Version zu zeigen, demnach werden die Drucke vorne noch größer und mehr auf das ein bestimmtes Motiv fokussiert. Leider wird kein Datum genannt. Wahrscheinlich hat der Hersteller bereits damit begonnen, die Produktion umzustellen und hat in den Shops zuletzt noch die Reste der ersten Version verkauft. Manche Shops im Ausland haben noch welche, beispielsweise in der Schweiz. Werfen wir daher noch einen Blick auf den Preis, zu der ich die Windel in Deutschland bestellt habe. 28,65 Euro hat das 10er Pack gekostet, also 2,86 pro Windel. Hier kann man argumentieren, dass man für derzeit 2,74 Euro pro Stück eine Kritter Kabus bekommt. Die Kabus hat eine etwas höhere Saugleistung und ist ebenfalls sehr hochwertig über die gesamte Fläche bedruckt. Auch die Kabus ist aus einer angenehmen Folie und man fühlt sich dick eingepackt. Dies ist ein berechtigter Punkt, man muss nüchtern feststellen, die Puppers bietet nicht das beste Verhältnis von Preis zu Leistung. Wer alleine das möchte, der ist bei Alternativen wie der genannten Reas besser aufgehoben, dort bekommt er etwas mehr Saugleistung und kann dafür ein paar Cent pro Windel sparen. Zumal die Verfügbarkeit bei den Alternativen besser ist, bei dieser hier muss man, je nach Land, momentan ziemlich suchen, bis man einen Shop findet, in dem sie überhaupt noch verkauft werden. Auch wenn diese Punkte dagegen sprechen, finde ich nicht, dass es eine schlechte Windel ist. Die Motive mit den Hunden haben mir sehr gefallen, ebenso wie die Qualität der Aufdrucke. Auch die ist deutlich höher, als bei beispielsweise Pampers. Wobei man hier fairerweise dazu sagen muss, bei den ABDL-Windeln wird diese seit langer Zeit immer besser, sodass man dort mittlerweile nur noch wenige auf dem Niveau einer Pampers findet. Die meisten sind besser, weil ein Teil der Zielgruppe, nämlich die ABDL, neben der Saugleistung auch sehr auf das Optische achten. Dieses spezielle Design mit den Hunden findet man bei den Alternativen eben nicht. Und auch das Tragegefühl ist dort anders. Die Betonung liegt auf anders, denn ich finde nicht, dass in diesen Punkten eine von beiden besser oder schlechter ist. Sowohl diese Windel hier finde ich sehr bequem. Sie hat eine angenehm weiche Folie, nicht zu vergleichen mit beispielsweise den medizinischen, die oft deutlich rauer beziehungsweise härter sind. Aber auch die Reas fühlt sich gut an. Sie ist im Detail etwas dicker und man fühlt sich darin noch etwas besser eingepackt. Auch damit würde ich nicht pauschal sagen, dass die Reas besser ist. Es kommt darauf an, möchte man beispielsweise eine dicke Windel, die maximal lange halten kann, etwa für die Nacht. Dann ist für diesen Zweck die Critter Caboose tatsächlich besser. Kommt es darauf gar nicht so sehr an, weil man die Windel gar nicht so lange tragen kann, um die maximale Füllmenge der Caboose auszunutzen, dann reicht möglicherweise auch diese hier. Oder sogar eine der Windeln, die ich im Test hatte und bereits nach deutlich unter 1,8 Kilo ihre Grenze erreicht hatten. Dies kann beispielsweise für Menschen sinnvoll sein, die nur abends für ein paar Stunden Windeln tragen, nicht aber die ganze Nacht oder den ganzen Tag. Wenn es um den Preis geht, sollte man auch nicht vergessen, wir reden von 12 Cent pro Stück. Muss man nicht sehr genau aufs Geld achten, dann ist das aus meiner Sicht noch in völlig akzeptablen Rahmen, diesen Betrag mehr auszugeben, wenn einem beispielsweise die Motive gefallen oder man die Windel einfach bequem findet. Ich bin jedenfalls sehr gespannt auf die nächste Version und hoffe, dass Sie die guten Eigenschaften dort beibehalten. Die ersten Bilder sehen bereits vielversprechend aus. Interessant wird auch sein, wie viel diese neue Version an Saugleistung aushalten wird und zu welchem Preis sie zum Kauf steht. Ich werde das weiter beobachten. Sollte die neue Version für mich käuflich sein, werde ich versuchen, möglichst zeitnah eine Packung zu bestellen und einen neuen Praxistest durchzuführen. Von der jetzigen Version hebe ich die letzten 1 bis 2 Windeln auf, um später einen Vergleich ziehen zu können. Falls du das Video zu diesem neuen Windeltest nicht verpassen möchtest, abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke. Das Abo ist kostenlos und durch die Glocke stellst du sicher, dass du über alle Videos von mir informiert wirst, ohne dass diese durch YouTube gefiltert werden. Danke fürs Zuschauen, tschüss bis zum nächsten Video. Bleib trocken!